Am Walchensee. Panoramaweg nach Sachenbach. Ein Beitrag von 280 Countries. Der Walchensee ist einer der größten und mit 190 Metern tiefsten Alpenseen in Deutschland. Er liegt auf 800 Meter Höhe. An seinem Nordufer wandert man auf einem geteerten Panoramaweg zum Kiosk Sachenbach. Anfahrt. Von Kochel führt die Kesselbergstraße erst am Kochelsee entlang und dann von 605 Metern in Kehren hinauf zum Sattel in 850 Metern Höhe. Wiederum 50 Höhenmeter tiefer liegt Urfeld am Ufer des Walchensees. Am Fuß der Kesselbergstrecke steht das Walchenseekraftwerk, ein Speicherkraftwerk. Der Höhenunterschied von 200 Metern zwischen dem Kochel und dem Walchensee wird seit 1924 zur Stromerzeugung genutzt. Geplant wurde die Anlage von Oskar von Miller, dem Gründer des Deutschen Museums in München. Der Panoramaweg Urfeld-Sachenbach. In Urfeld zweigt der Norduferweg von der Bundesstraße 11 ab. Eine kleine Brücke überquert den Abflussstollen, der steil hinunter zum Walchenseekraftwerk führt. Der für Kraftfahrzeuge gesperrte Weg windet sich in Kurven entlang des Seeufers nach Sachenbach. Auf der linken Seite ragen die bewaldeten Hänge des Desselkopfes empor. Man hat einen wunderbaren Blick auf den See mit den schroffen Zacken des Karwendel- und Wettersteingebirges im Hintergrund. Unterwegs kann man je nach Jahreszeit und Wetterlage Windsurfern oder Tauchern zusehen. Am Kiosk setzen wir uns in die Sonne an die rustikalen Holztische mit Bierbänken, genießen eine Brotzeit und ein Bier oder Kaffee und Kuchen. Wer noch weiter möchte, kann über einen Hügel in die Jachenau oder durch den Wald zum Wirtshaus Niedernach wandern. In Urfeld steht das Haus Petermann des deutschen Impressionisten Louis Korinth. Ab 1919 erlebte der Maler mit den Bildern seines expressionistischen Spätwerks den größten Erfolg. Im Jahr 1939 verkaufte Wilhelmine Korinth das Haus an den Träger des Nobelpreises für Physik, Prof. Werner Heisenberg, der während des Zweiten Weltkriegs hier mit seiner Frau und sieben Kindern lebte. Das Haus gehört heute noch der Familie. Vom Ort Walchensee zum Herzog stand. Im Jahr 1130 wurde auf Anweisung von Abt Konrad von Benedikt Beuern Wald gerodet und ein erstes Fischerhaus bildete den Anfang der Besiedlung. Heute leben hier 250 Einwohner. Auf den Fahrenbergkopf in 1627 Metern Höhe führt die Herzogsstandbahn. Von der Bergstation sind es noch gut 100 Höhenmeter hinauf zum Gipfel des Herzogsstands mit einer herrlichen Aussicht auf Korl und Walchensee, auf Karwendel und Wetterstein und hinaus auf die Münchner Schotter-Ebene. Der Spaziergang nach Sachenbach und die Wanderung am Herzogsstand sind besonders schön im Herbst während der Laubfärbung. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Sie finden dort ebenfalls die Öffnungszeiten des Kiosks Sachenbach und eine Kontaktmöglichkeit per Telefon. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.